Hallo, mein Name ist Jill, ich studiere International Business and Management Studies an der Fontes University of Applied Sciences. Heute findet wieder ein Schnuppertag statt und da möchte ich euch gerne einmal mitnehmen. So, wir sind hier gerade auf dem Weg zur nächsten Vorlesung. Wir hatten als erstes Leading Change und jetzt steht Economics an. Wir haben verschiedene Offenungen und wir können euch zeigen, was die Möglichkeit ist. Jetzt sind wir zurück am Campus in Venlo und wenn euch der Tag heute gefallen hat, dann meldet euch doch auch für einen Schnuppertag an. Das könnt ihr unter dem Link www.fontes-venlo.nl tun.